Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Schrägbilder von zusammengesetzten Körpern. Ihr wisst schon, was Schrägbilder und zusammengesetzte Körper sind. Nachher könnt ihr Schrägbilder von zusammengesetzten Körpern zeichnen. Der Film besteht aus vier Abschnitten. Erstens Regeln für Schrägbilder. Zweitens, zwei zusammengesetzte Körper. Drittens, wir zeichnen die Schrägbilder. Und viertens, was ich empfehle. Erstens Regeln für Schrägbilder. Erstens sollte eine geeignete Fläche des Körpers... Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com